Ja, ich hoffe, ich bin nicht... Oh nein, ich wollte nicht, ich wollte nicht, oh nee... Fangen wir jetzt mal so machen... Und dann hab ich da noch schön reingewallert... Durch meinen Stärpfehl... Hey, 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 und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play Overwatch. Zusammen mit Fox und Dr. Steins und den Sheldon und den Darker Dream Teamer. Ich spiel den No-Skill-Man. No-Skill-Man. Ich spiel jetzt mal Rolltog und Rolltog und den Tanker. Aber ich weiß, ob das... Ja, trotzdem, der Typ kann sich nicht vor euch stellen und sein Schild aufbauen. Er kann sich vor euch stellen. Aber Reinhard ist scheiße, ich mag Reinhard. Alle vor dich stellen. Ja, drüber, dass ich alle verschillen die. Ja... Das sieht jetzt nichts mehr mal egal. Ja, egal, Herr Scheiß drauf, das sieht's eher nicht. Ja, aber ich kann nicht... Theoretisch kann ich schon Reinhard spielen, das ist nicht das Problem, aber Reinhard ist halt total langweilig. Ist halt wirklich so. Weil du schließt die ganze Zeit mit vorne und ausstellt. Übrigens, ich weiß nicht, wie die Gegner kann es einfach wegmachen. Kugel hatte... Ich kann bei so einem nicht garantieren, dass ich die ganze Runde Rolltog spielen werde, weil es kann dann ist richtig schlecht, wenn man hier wechseln. Natürlich, er kann jedem mehr Schilde geben. Nee, er... Flo kann eigentlich nur jedem einen Schild geben. 30 Sekunden erwartet. Ja... Ja... Ich hatte doch... Ich hatte nur 150... Zeugen zu sterben. Zuerst... Gugel habe ich ihn... Sag nur, ob die vor euch aufkommen dann. Alter, Captain. Pssst, 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 die hören uns nicht! Die hören uns nicht! Pssst, 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 pssst. Leise, leise, leise! Leise! Wir sind in Reinhard. Der Aufgamer! Und wo denkst du da recht? Ich glaube, man hat's in der Aufnahme gehört, wenn ich es schade... Oh, wo komm die? Oh, da, okay. Wobei, Reinhard kann ich nicht töten direkt. Reinhard töt' ich nicht, ich versuche mir, Paira zu schnappen! Rechte Seite. Hat noch nicht geklappt. Oh, da kommt's. Der hier kommt dann. Ding. Jo. 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 Wahrscheinlich ist es mein... Die Meidenwixerin wieder. Nein! Fünf Leute auf mich, ja. Nicht Spaß. Ich hab meist der Heilung und meist den Schaden. Boah! Ich hab am meisten Eliminierungen. Nein, das... Weiß ich, ich hab einfach nur einmal geheilt und hab zwei Leute angeschossen. Boah, geil. Haben wir keinen Heiler? Hacker. Ich dachte grad, ich hab mich grad gefragt, warum ich mit 300 Meisterheilung hab. Fangen nicht dazu. Fangen nicht dazu ein. Naja, das Ding ist kein Problem. Ja, Mensch, schon wieder. Weg mit der Marsch. Ey, warum kann sie so weit schießen, ey? Warum hat die keine... Dinger. Reicht, reicht, reicht. Sie nehmen das sogar schneller ein als wir. Na gut, in Ersten muss es aber auch bleiben. Einfach einzigen. Alter, keine Chance alleine. Ich geh zurück auf den. Ja. Ihr seid alle ängstlich gestorben am Anfang. No. No. Ich hab noch einen Teil in den Tor gesorgt. Ich bin auch etwas später gestorben. Ich bin eine Ratte. Nein, das kann ich fassen. Ich hatte mich. Wei. Mui. Und schon grad doll. Die soll die umgehen. Fuck it, du Friede. Hier ist noch. Fuck it. Ich hab mich gut selbst. Wir spinnen gegen D.D.H. D.D.H. Wir spinnen gegen D.D.H. Ich bin schon wieder tot. D.D.H. hat gerne gestorben. D.D.H. Oh, Leute. Was macht der Scheiß Treibner da? Was macht der Scheiß Treibner da? Äh, Mai ist aufs Board. D.D.H. D.H. 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 Boah, zugleich habe ich meinen Ulti nicht gezündet. Boah, zugleich habe ich meine Ulti wieder nicht richtig gezündet. Häh. Ich zünde zweimal meine Ulti. Längs und reing. Geht sofort, sofort mit Ulti. Häh. Muss ich auch. Häh. Häh. Die werden irgendwie gerade komplett zerstört. Ja. Häh. 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 Ich bin alleine. Ich bin gar nicht. Ich brauche Heilung. Häh. 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 Häh hin wieder drauf. Häh nicht mehr drauf 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 drauf. Oh Kirby. Naga Na halt schon. Jeder Häh. Wähler Kahn. Herr vielleicht zuh- Oh, die müssen jetzt nur noch im Drittel. Die müssen jetzt nur noch im Drittel alter. Häh. Ich brauche Heilung tauckend kurz sagen. Äh Healthcare! Nennen sich auch Genji. Ich hab den fein gesüchtet. Unten, Mitte. Kommen Sie, Reinhardt mit. Boah! Ah, wie sind wir da? Ich bin da gegen Dörbys. Stille, du hast den gar nicht gesehen. Ich bin seit dir vorbei eigentlich. Ach, komm, du hast mich eingefroren. Bin ich schlechter als Tank, ey. In diesem Gang ist das Playzone. Und? Alter! Oh Scheiße, ich bin in der Hand. Alter, ohne Spaß, ich bin so schlechter als Tank, ne? Alter, ich muss den anders nehmen. Leute! Da war ja, gehen Sie zu nehmen. Die wollen mich umbringen, Hilfe! Hilfe, die wollen mich umbringen! Ich hoffe, das wird das Play des Games. Du bist Best-Gen! Wer, was denn sonst? Ach so, jetzt auch Best-Gen? Egal, ich bin doch. Ja, ich spiel von Anfang an Best-Gen, deswegen hab ich gesagt, du sollst Reinhardt spielen. Gut, ja, ich warte, okay, dann, warte, ich will jetzt rein. Soweit ich tot bist, wie ich rein, tut, protect dich, okay? Reinhardt und Mercy. Und da, 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 und da, 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 da. Und da, 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 da. Danke. Oh, Schild, ich mach, ich geb dir jetzt mehr Schaden, und mach jetzt mehr Schaden. Okay. Buy down, buy down erstmal. Ich will den Schild von dem Typen dran bekommen. Genji ist rausgesprungen. Warte, sind die Drimme bei uns? Ne. Oh Gott, alle! Da ist er. Er hat nen Hedge. Er ist das Tor. Sag mal, die Drimme sind, sind die drin? Boah, das war einfach nur mega lucky. Dieser verfickte Schaden. Ich hab nur 5 zu ner Killstreak. Kommt rein. Nein. Aber du musst, mach noch 5 Kill, Schildi. Alter. Wieso? Du musst du, du musst du auch noch warten. Ja, ich soll. Dann hat er nen 20er Killstreak, ohne zu sterben. Komm schon! Die sind alle so low. Da kam Genji von der rechten Seite. Somit kill. Genji hat oben, passt drauf. Genji oben. Ich auch. Ich bin da, meh. So cool. Bats. Mein Bruder hat dich doch leer. Du, 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 du. Ah, so'n typischer Kälmer-Satz. Das ist doch schön. Echte Seite. Ah, zu Glück hab ich um kurz hier und positioniert. Als die Iron kommt, kommt. Ja. Mann, der hat mich eingesperrt. Kommen gleich alle, glaub ich, zu die Niro oben, ne? Hinter dir könnte sein. Äh, sorry. Äh, Schildi. Könnte sein, dass hier hinter dir kommt, Schildi, ne? Genji. Oh, ja, klar. Genji kommt von links. Genji kommt von links. Du möchtest auch links? Ja, fuck. Okay, jetzt... Wenn soll ich jetzt... Nee, okay. Dann geh ich jetzt mit Reinhardt. Wird's was schlechter... Okay, dann geh du, dann geh du, dann geh du. Okay, wir haben schon mal. Nein! Alter, wie lange war ich jetzt... Ich bin schon wieder tot! Ich war so lange eingefroren. Hey, die Sterne! Oh, ja, bewegt! Ah, nein, hinter mir, nein! Mercy ist noch drauf und Tracer... Nein! Oh, Mann! Ich hätt's... Ich hätt fast noch mehrere gekillt! Ja, wir sind 1-1. Shit. Ich... Echt? Nee, hä? Das ist doch keine 3-Hemme. Also kein 3-Hemme. Oh, 3-Hemme. Oh, nein. Oh, nein! Jetzt was sagen ich jetzt, also 1-1. Ey, das ist ja unentschieden. Was ist ja unentschieden? Ja! Bist du irgendwie komplett... Wir mussten nichts einnehmen! Jetzt gibt es eine Aktion! Wir haben doch gerade eben... Wir haben doch gerade eben... ... alle kommen jetzt... ... und jetzt mit Verteidiger zu reden. Wir waren die ganze Zeit 1-1-1 Verteidiger! 1-1 sterben nicht, oder? Krass. Ich treffe Quote in Scharfschützenmodus 6%! Bevor waren wir angreifend, oder? Ich war jetzt einfach nur für diezu heiße Lange! Ich war jetzt Scheiße! Ich war die ganze Zeit Verteidiger in dieser Runde! Einfach nur für diesen Scheiß L Lange! Vandertschildy! Vandertschildy! immer die meiste zeit für zielfortschritt darauf kannst du nicht stolz sein es war so ein mittelbut ich hatte halt im early game symmetra 3 kills euch gemerkt keiner von euch hat einen getötet gehabt soweit ich weiß ich bin gestorben ich habe da ein paar getötet wenn wir wieder angreifen der hauskante ja unterwegs zu volkskaya industrie oder egal ob es nicht mehr von dir ist so ich bin zu schlecht mit dem da kann man sich selber anschreiben ich glaubt ihr mögen dich nicht schild die schilder 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 steht bei mir eigentlich niru schildert reinhardt vor schweißer trotzdem betreffend wurde angezeigt jetzt war davor dass du auf der anderen map ach nein ihr seid arschlöscher hier richtig weißen untergrund der kann ich jetzt schon das ist bestimmt der untergrund bis es ist bestimmt wie normale spiel erweich noch ich glaube anfang september irgendwann 6 september jetzt sind nur noch ein bisschen ja nicht ich bin mir gerade nicht sicher oder ich glaube es sagt was ich aktuell immer hochlade arbeit kann sein ich weiß vielleicht auch ein bisschen früher ich hatte einmal nach ich habe eine beste Julian wird es nicht verarscht was denn wenn ihr halt im Spawn rumstehen kann ich auch nichts für nein die stehen da drum und schießen raus dann kann ich auch rumstehen und reinschießen wie kamst du da hoch ich bin Genji ich kann Wendeklettern also jetzt mal ohne Spaß wenn die im Spawn rumstehen und uns anschießen können kann ich auch da reichen auf den Spawn anschießen die haben uns nur angeschossen weil sie raus wollten ne halt ich für Lüge kann ich ja nicht wissen ich bin hingekommen und die schießt auf mich oh Gott machst du also wenn die auf mich schießen dann wir auch auf die schießen für mich für die drei das ist jetzt nur meine Meinung aber ich finde das glaube ich warum kriegen wir eigentlich immer übelst starke Signatas warum kriegen wir entweder immer richtig starke Gegner oder richtig schwache einer er sind ja da hat mich gerade mit Tushat an ja 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 ich habe kurz davor hingeschaut und da war noch niemand also der muss instant geämt werden auf mich oder ist er das nicht ich finde es immer witzig wie manchmal Leute auch nicht ballern und das gar nicht kicken und dann sterben und dann sehe ich in der Killcam dass er schon die ganze Zeit auch nicht ballern kann ich schau mir den, wir haben es nicht an ich bin ja auch immer ähm es gibt ja auch zu äh nein äh nein wer war nein gibt mir Heilung da ist der Vogel von mir gefallen mehr Heilung dankeschön wo bist du? ich bin gerade durch ne Wand weggejump I'm coming ich glaub sie wollen auch mal durch Leute wollen wir sie durchlassen? SPAWN CAMPEN oh wollen wir sie durchlassen? ich hab einfach bei vier Leuten auf Spawn die ich meine Uhr hier hingesetzt die sind die größten Assis alter die müssen sich echt denken wir dreckigen Scheiße Prozent du behalte du weißt nicht warte ich hab Gold, ja ich geh gold in die minimierung und wo drauf das Schaden der stand die ganze Zeit hinter dir wenn man sieht es halt in der in der in der in der Zuschauer in der in der Stadt der in der Stadt nur wegen mir weil ich hinter die Gashy und ich gehe mal Onsport ne aber ich liebe Aneriter vor Außer da sind die nicht, dann geh ich ganz. Dann hab ich nur gewartet. Alter, das ist jetzt ja gebraucht. Das ist doch so ein Power-Sport. Rücken wir ihn auf die Pelle. Ja gut, der Ersatz passt 100% zu Tracer. Welcher? Jetzt rücken wir ihn auf die Pelle. Das machst du schon. Das machst du. Das machst du, Game of. Ich zopfe an dich. Ich zopfe an mich. Bitteschön. Nein, 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 nein. Ist da noch irgendwo wer? Ja, hinter dir. Hinter dir. Ja, hinter dir. Ich hab den halt nicht gesehen. Das meine ich zum Beispiel. Ich krieg's aber voll oft. Ich hab mal Reinhard. Ich hab meinen Ulti einfach mal nur für Reinhard eingesetzt. Ja. Das war der einzige Tank von denen. Ja. Ich dachte, das wäre geil. Ah, du musst ihn weg! Nein! Farrah ist oben. Farrah kommt von oben. Farrah fliegt. Also, I'm flying. I'm flying. Die Mer... Weißt du? Diese Farrah war grad so ein richtiger Niro. Was? Nee. Nee. Aber du gerade eben auf dem Tower da oben drauf. Halt die Klappe! Der hat schon von Anfang an auf mich geschossen. Das ist wieder einer. Das ist wieder Ganji. Kenn ich den? Ja, Gott, Alter. Ja, sind wir Okino-Krie! Alter. Ganjinu. Und, good job, Krakan. Alles gut. Boah, Alter. Und, und... Da kommt der! Der ist böse! Das ist mir weh! Das wird wichtig! Da, in mein Gesicht! Und, Dina, was ist mit dem Typen eigentlich falsch gelaufen? War wieder weh! War wieder weh! Jetzt nicht nachlassen! Fox! Lass mich mal hoch zu dir! Ähm, Loading Station! Nein, ich bin Fox! Das ist eine! Farrah kommt! Oh nein, ich bin tot! Hui! Alter, ich fliege! Alter, wie geil! Ich bin grad im Sprung gestorben! Und bin einfach mal in die gegnerische Basisfachs reingeklogen, ey! Okay, warte ich mich ein bisschen, aber bock! Da ist er! Gang! Äh... Hi Nero! Hi Nero! Hi Nero! Wo bist du denn da? Ja, hinter die! Uuuuuh! Wir schafften's! Jetzt noch gar keine mehr in der Nähe, also nein! Ja! Hu! Hui! Boah, war das geil! Nicht drei Wände jetzt abballern! Haha! So! Ja! So! Ich hoffe ich bin nicht... Oh nein, ich wollte nicht! Ich wollte nicht! Oh ne! Ich fang jetzt was das jetzt! Wollen wir's mal so machen! Hahaha! Wollen wir's mal so machen! Hahaha! Wollen wir's mal so machen! Hahaha! Und dann hab ich da noch schön reingeballert! Hahaha! Durch... Durch meinen, ich sterb dich! Hahaha! 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 Haha! Hahaha! Hahaha! Ey, die haben auf mich geschossen, da muss ich doch zurückschießen. Ich hätte die Idee, das war ja das Lächerliche in deinem ganzen Leben. Nein, Julian. Das bin ich nicht. Dann will ich sagen, was für diese wunderschöne Folge, Oh Oh Hotch. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns, wenn du glaubst, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.